Ah, guck mal, ein Morgenstern! Bleibt mir vom Leib! Bleibt mir vom Leib! Was ist das? Oh ja, bitte! Oh, ist das so cool, Leute! Ich liebe es! Ich liebe es immer mehr! Was? Er war noch... War ich doch schon! Komm, war da weiß! Ach, guck mal, dafür ist das Bullauge! Alles klar! Oh, wow! Das ist so fantastisch! Ich sehe ihn schon! Waren wir! Alles gut! Ich feiere es so abartig! Es ist so gut, Mann! Ich liebe das Spiel! Ich kann nicht sagen, wie sehr! Gerade möchte ich ein Kind mit dem Spiel! Und möchte es Return of Vision nennen! Was ist denn hier? Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Das ist hier! Ii, ist das Rasputin! Ich hätte es echt nicht erkennen, Leute! Es tut mir leid! Also, ihr müsst es... Ihr müsst es dann selber... Und mir vielleicht dann schreiben in den Kommentaren! Das finde ich super! Ich weiß nicht, ob ich dazu kommen werde, mir das anzuschauen, das Video! Ich gucke sowieso nicht meine eigenen Videos! Was war das denn? Was? Soll ich hier so ein Storyboard machen, oder was? Hang on, Elsa! Ich werde dich aus! Ventilator! Schlecht! Und jetzt? Wo, wo? Hier! Warte mal, das U-Boot! Im Endeffekt muss hier was passieren! Okay, da passiert nichts! Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, ob ich noch ein weiteres Foto finde! Bin ich euch gerade? Nein! Sorry! Bin ich... Ey! Was macht der denn da? Ach, das ist... Er sitzt auf dem Wassertank! Das muss ich bestimmt jetzt treffen! Hm! Ist der da? Ich will es nicht erkennen! Ich will eigentlich Hirn! Irgendwas mit dem Hirn! Oh nein! So... What the hell do you do? Was ist los mit dir? Okay, ich kann nichts mit dem Herzen machen, von daher... Halt die Füße still! Was? Au! Ich höre da hoch! Nein! Autsch! Du blöd Mann! Da ist ein Foto! Da ist doch irgendwas! Warte, da ist noch was! Oh! Oh! Whisky! Cool! Was... Was... Was worked? Fuck! Achso, ich wette, ich muss das Bild in den Brand setzen! Ah, ich brauche einen Schlüssel! Oder so! Wilson ist ja ein bisschen raviater! Find ich sehr gut übrigens! Oh, guck mal, da ist da irgend so ein Ench Amun! Gut Ench! Ench Amun vielleicht, weiß ich nicht! Irgend so ein ägyptischer Pharao! So sieht's aus! Na? Ich wollte nicht... Da wollte ich hin! Alles klar! Jetzt muss ich mal ein bisschen... Okay, das kommt da hin! Machen wir da hin! Und... Na? Das machen wir da hin! So! Lass mal jetzt richtig hinsetzen! Oh! Entschuldigt! Aber ich muss ein bisschen... Oh! Warte mal! Oh! Diese Sicht! Uh! Okay! Aber das hier... Nimm mal weg! Dafür machen wir das hier mal dahin! Wenn das hier passiert, dann... Okay! Ne, das bringt leider gar nichts! Machen wir das mal so! Die Wippe! Ist das ein Nashorn? Warte mal! Ne! Ich hätte mir vorstellen, dass das nach oben fliegt! Was ist das hier denn? Ich kann doch mal testen! Ich bin blind wie ein Mauerwurf gerade! Oh! Okay, warte! Oh! Läuft! Oh! Oh! Google! Oh! Eieiei! Wie sich einfach mal frech das Spiel aufhängt! So! Ja! Guck mal! Das war es nicht! Wo war das mit den Barfrauen? Wow! Ventilator! Nein! Böse! So! Das war mit den Barfrauen! Dann hatten wir... Dann hatten wir noch nichts! Mal das hier probieren! Und... Nein! Die Lady! Was passiert jetzt? Macht die Kugel was? Nein! Puh! Also langsam muss ich doch was erreichen hier, oder? Habt bald alle durch! Nein! Gerade! Das hier... Ich bin leider blind wie ein Maulwurf hier gerade! Und... Ja! Okay, das Feuer brennt nach oben! Heißt... Oh! Wie mies! Okay, sie hört aber ab! Ähm... War das hier? Vielleicht bringt das was? Ne, warte mal! Ist das hier ein Feuer? Ob das... Wrong? Ich finde das super! Diesen... Diesen 40er Jahre Charme einfach mal, den die ja eingefangen haben! Auch mit diesen ganzen Attraktionen! Also... Das ist so stimmig einfach! Oh Gott! So... Und das ist noch das! Ah, sehr gut! Die zutscht nur! Okay, okay, okay! Warte! Ich weiß, was kommt! Der hier! Und der fällt dann durchs... Loch? Könnt schon sein! Ah! 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 Bin gespannt! Ah! Nimm auf, übrigens! Ah! Muss ich mal kurz volieren, leider! Ist ein bisschen blöder! Ja! Ah! Okay, das bringt gar nichts! Ah! Das ist richtig, glaube ich! Ah! Ah! Guck mal genau! Hier geht's dann nämlich... Hau den Lukas! Ah! Ah! Okay! Und der ist elektrifiziert! Die ist frei! Ah! Das sieht besser! Okay! Wir haben sie auch befreit! Ah! Ich höre mir irgendwann hier... Weiß nicht... Ich muss bald hier zum Orthopäden... Wo ich einrenken lassen oder sowas! So, wir haben alle befreit! Sehr gut! Sind die jetzt auch wirklich frei, oder? Er ist sie! Ganz ehrlich, ich glaub nicht, dass das... Oh! Ich glaub nicht, dass du hier rauskommst... Wilson! Vor allem dein Herz! Die sind doch nicht so weit bei der Herztransplantation! Sieben? Okay! Ich werde nicht so weit nach vorne boxen! Da steht vielleicht ein Bande! Ich weiß es nicht! Mhm! Das ist die Wäscherei! Es gibt keinen Ort... Wo ich nicht schwitze am Körper! Ach! Da liegt sie ja! Sorry! Hey Lady! Ich kann es nicht erklären! Das wichtigste ist, dass du okay bist! Jetzt müssen wir nur die anderen finden! Ja! Natürlich! Oh, Elsa! Ich habe ein paar mehr Plätze von Harcourts Buch gefunden! Bitte schön! Wir kommen näher! Danke! Gerne doch! Wenn es das hier raushilft! Immer gerne, Elsa! Ich würde wirklich gerne wissen, ob... Ob Bela doch ein Böser ist! Ich vertraue ihm nicht so ganz! Okay! Ich habe keine Ahnung, wo das führt. Also... Schau dir... Ich meine... Be 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 Kein Ring mehr! Sind wir vielleicht ihr... Na gut! Wir sind zu alt für... Oder? Ihr Mann von Elsa? Kommt das hin? Es... sieht aus. Ich denke, wir können eigentlich... sicherer aus... ...Dangerheit für uns. Ich würde nicht auf ihn counten. Es ist dunkel hier. Du weißt, was Dunkelheit bedeutet, Elsa, ja? Die Viecher kommen wieder. Oh nein! Oh nein! Du sollte es besser wussten! Wie kann das sein? Wir müssen hier rauskommen. Das ist nicht mehr der Weg. Entstanden. Ich will da, Hein! Da ist eine Tür! Ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen... Oh leid, es ist so dunkel! Ich sehe gar nichts! Seht ihr was? Ich weiß es nicht, ob ihr auf YouTube was seht. Ein bisschen Licht haben wir schon mal. Oh, ein Glück! Schnell! Erstmal Licht machen! Oh ja, danke! Huh! Guck mal, ein Comic! Don't let gremlins push you around! Watch out for slips and trips! Uh, da reinzukommen, das wird bitter! Da wollte ich nicht reinfallen, ich sag euch das! Was ist denn Elsa? Da steht sie da vorne! Ah, da ist sie! Kein Glück! Das hier sind das Wäschesäckel! Hm! Ich weiß ja nicht! Ich finde das unheimlich! Da ist bestimmt ein Mensch drin! Elsa! Ab da weg! Sonst willst du noch hysterisch! Das ist mein Job! Kennst ihr das? Dass man damals immer Frauen nachsagte? Du wirst hysterisch! Hysterie ist so ein Frauensink! Oh nein! Ich sehe da noch was drin! Guck mal, ich kann reinreifen! Ist das Streichhölzer? Habe ich denn keine mehr? Ich hatte doch so viele Streichhölzer noch! Na? Hallo? Ähm, Gamma Ray Gap? Binary... Gramboosie... Mit Scheiss, denkst du richtig? Science Fiction Nonsense! Hm... Okay, es ist also keine Geschichte über einen von unseren Freunden hier. Oder... Mit... Insassen aktuell. Ich kann nicht sogar diesen Schrauben nennen. Hm... Viva! Ja... Wish... Smash! Alex Smash! Smooth indeed! Dr. Smooth show you the way! Learn manners, learn be nice, learn hygiene, learn listening. Ist wichtig! Mhm... Erst mal Dietrich abgraben. So wieder in den Schritt greifen. Mögen alle sehr. Also die Entwickler mögen es scheinbar sehr. Haha! Ich schmeiß mit Glasflaschen und lauf barfuß hier rum. Es ist ja schlau mal wieder. Na, kann ich hier... Das Ding? Das nicht? Okay. Ich muss es doch irgendwie öffnen können, ne? Ah! Jetzt kann ich mit dem Dietrich. Eben ging es nicht. Hä? Oh! Oh! Hm... Matchsticks! Sehr gut! Jetzt sollte bist du noch draußen, ne? Ich hoffe es doch! Oh nein! Oh Gott! Ich glaube wirklich, wenn man... Ach jetzt ist es... Ah, ich hab nicht... Ich hab nicht genug hochgeschaut. Sehr gut! Sehr gut! Warte mal! Oh nein! Es ist außerhalb der Spiellinie. Oh, ein Cutter! Cuttermesser! Okay! Damit kann ich bestimmt den Kleidersack aufschneiden. Elsa, bleib ruhig! Willkommen, neue Employees! Sicherheit ist praktisiert hier! Hier übt man... Sicherheit am Arbeitsplatz aus. Tut mir leid, wenn ich mich so schnell bewege. Ich bin grad ein bisschen nervös. Ich versuche mich nicht zu schnell zu drehen, Leute. Ich verspreche es. Hey Elsa, ich habe etwas gefunden. Okay... Ganz ruhig! Okay, ich verstehe nicht. Willst du bestimmten Erwischen? Äh... Ich kann mich nicht mehr bewegen. Irgendeine Sonde war dabei! Elsa, schau! Das Bad da drin! Ja, ich werde checken. Oh, puh! Okay, jetzt verstehe ich. Oh nein, da ist jemand drinnen, ne? Es sieht aus wie... ... blöde Wasser oder was. Ja... Ja... Das ist kein Blut. Was machst du? Mal sehen, ob wir es öffnen können. Ja, genau das machen wir jetzt. Wir schneiden den blutigen Sack. Einfach mal auf. Warte mal. Ich muss es aufschneiden. Oh Gott, das ist ne ganz schlechte Idee, Kinder. Ja! Äh! Alter! Alter! Einfach... latin... runic... germanic idioms... ... ... ... Ich erkenne sie... ... 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 Die klitzekleine Füßchen hat. Die klitzekleine Füßchen. Oh. Okay, was soll ich denn... Achso, ich muss... Ah, okay. Ich dachte, ich muss ihn jetzt hochheben. Oh nein, das ist wieder nicht. Elsa. Es scheint nicht, dass du so viel weibst. Wilson, möchtest du, die Lichter aufzunehmen? Ich weiß nicht. Gib mir einen Sekunden, um es herauszufinden. Oh Gott. Ah, ich sehe es schon. Nein, nein, nein. Probier das wieder. Das Tier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich das... Hallo. Lass doch mal bitte auf. Hallo. Lass doch mal die Tür auf... Mach die Tür nicht richtig auf. Hallo. Ich komme nicht rein. Ich bin zu blöd, um die Tür richtig zu öffnen. Kannst du mir mal bitte helfen? Ja, das ist ein Problem jetzt. Jetzt geht es auf andere. Mal aufschubsen. So läuft das. Ah, die Treppe geht auch noch. Hören wir mal da hin. Dann wieder Radio hören. Wollen wir machen? Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Walzen übrigens. Okay, wir lassen das. Das schneide ich. Schneidige Musik. Nein! Ach, willst du denn? Da hoch wollte ich doch. Bin ich jetzt vielleicht endlich mal richtiger Klamotten bitte? Komme ich gar nicht, ne? Ja. Hospital Burglars. Also Bankräuber. Entkommender Bankräuber bis in den Wald verfolgt. Enyaq Superbrain. Superhirn. Levis-Telling Tornadoes. Ravage Oklahoma and Kansas. Ja, für... Schreckliche Tornados für Wüsten, Oklahoma und Kansas. Das ist Strike Talks. Stagn... Ach Gott. So doof, das zu... Drehen, Leute. Ich kann das nicht drehen, wisst ihr? Ja. Ja, er lässt sie fallen. Oh Gott, er bricht sie in den Arm, ne? Will the fire ever stop? Hört das Feuer jemals auf? Gegner der Menschlichkeit fliehen von der Folie Justiz. Dominion Relations in Jeopardy. Dominion. Ja, auf jeden Fall Beziehungen in Frage gestellt. Okay, uninteressant. So ziemlich. Ja, ich will nicht.